wir wollen es genießen es ist nicht brutal ja, das ist es zwei auf einmal, zack, tot, tot ja, komm immer mehr mach es jetzt mal in der Ecke das ist ja schon gefährlich, diese großen Biester zack jetzt sehen wir gar nichts mehr ja, ich glaube, das Viech hat gewonnen oder was meint ihr? hat er gewonnen? der hat gewonnen meine drei Fragezeichen wurden zu vier Fragezeichen schalten wir mal weiter oh, das ist der Raum, wo wir schon vorher waren da haben wir doch gegen dieses Ding gekämpft hier waren wir auch, hier haben wir leer gefilzt sollen wir da etwa noch hin lassen wir den Fenster an so ich denke, oh ich denke mal, der Knopf da könnte was macht der eigentlich? ach, da macht er super Gesellschaft, eins, zwei, drei was, die dreisten drei dreisten drei machen wir lass mich, lass mich aber wo kommt das Land da her? wo kommt die Armbrust her? das ist ja geil ein weiterer Weg für unser Archiv Geil, schiebe Tür hey, das hat sich gelohnt ich habe alles eingenommen und wir haben wieder die Armbrust das ist auch toll wir sind stark bewaffnet wir haben Magnum Magnum mit Schokoüberzug und Vanillegeschmack nicht zu vergessen ja, hoffen wir das Geschütz ist immer noch da hinter der Tür gucken, ob ich das irgendwie jetzt darf ich mir was ich weiß gar nie aber es ist auch lecker es ist ich glaube ichậse der ich glaube es ist wie äh Ah, ein Mikro-Zunahme. Ja, wir suchen mal zwei. Jetzt mal mit Granaten. Verdammt, stinkst du. Ach, jetzt geht's. Die brauchen wir vielleicht noch. Ja, das ist gut. Was, ich hab getroffen. Sauber. Mitruf, du wirst ja immer besser. Ich kann hier doch einmal... Der ist doch schon dort. Einmal so, zack. Schon kommt da. Aber so rechts geht's ja. Oder halt. Da war doch noch ein Kuh-Wein-Mens. Habe ich damit umgebombt. Ich glaube, der kann uns knüpfen. Okay, das funktioniert nicht. Aber das hat offenbar funktioniert. Die Schaufel. Sehr schön. Kontaktverlust in Block B2. Einsetzen. Verstehen. Abfangen in Outblock B4. Hey. Nicht in den Kopf schießen. Hey, habt ihr geschafft. Oh. Oh, ich glaube, die Invasion ist in vollem Gange. Hä? Ach, das hier war die Kamera. Ach so, ja. Siehst du, haben wir das Kaffee gleich deaktiviert. Wie viele habe ich jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Viecher? Sechs Fragezeichen. Boah. Geil. Oh, wir sind schon in B2. Nicht mehr in A5. Oh. Ah, falsche Taste. Das war der gleiche Spruch. Ja, ja. Doktor. Wer? Wer ist das? Dreen, ne? Das ist eine Proakanda-Sprüche. Ja, ey, Sack. Oh. Schuss. Ich muss ja runter. Nein, ich muss ja runter. Aus. Aus. Auf. Auf. Also 80 Lebenspunkte sind ziemlich schnell weg hier. Dann. Ich muss ja doch noch das mal. Wim. Schlau sind die Viecher nicht, aber ziemlich gut. Andere werden es sich jetzt eventuell zweimal überlegen, ehe sie verhindern. Und noch ein Ball. Jetzt sind wir voll. Oh ne, der hätte das Ding nicht bemannt dürfen. Ja, das Ding nicht nur bemannt. Er ist weg. Sauber. Also langsam finde ich gefallen an diese Dinger. B4 sind wir jetzt. Kommen Sie raus. Was war das? Das war nix. Oh scheiße. Na ja, da war ja nicht weit. Da war doch nix, Mensch. Oder? Habt ihr was gesehen aus dem Tonnen? Wieso ist die Tonne von meiner Nase explodiert? Hallo? Die haben nicht mal geschossen. Das dürfen sie gar nicht. Das gibt's nicht. Da muss ne Wand sein. Das ist der Trick. So, jetzt lauf ich rein und sech. Und sterb. Ja, Morphin verabreicht dann eine Leiche, genau. Das wird nicht funktionieren. Oh shit, so weit. Machen wir das jetzt so? Hopp. Warte mal ne Gran... Ich wollte doch mal ne Granate... Aufnehmen. Ne, jetzt hänge ich an einer Stelle. Aber der hat gesessen. Der hat gesessen. Oh nö Die nervt nur Keine Mannschnitte Das ist auch unglaublich Lebenszeichen kritisch Lebenszeichen kritisch Mist, hat das Ding gemannt Jetzt nicht mehr Ist brutal, ne? Das ist auf jeden Fall brutal hier Aber ziemlich geil Ich soll nochmal abspeichern Fortschritt muss gespeichert werden Hier haben wir nix Hier haben wir nix Und hier haben wir ein Geschütz Oh, dann nutzt sie mir den Das ist doch unglaublich Trotzdem haben sie nicht überlebt Meine Viecher sind gut Ja, wir wissen, dass sie da oben sind Wie mache ich denn das ein bisschen kalt Mit einer Rakete Das ist auch wenn sie eins halten muss Und schon mal abspeichern Das ist doch mal Das ist doch noch ein bisschen Das ist doch noch ein bisschen Vielen Dank.